hi willkommen zurück auf modus spiel olymp ich grüße euch ja weiter geht es mit meiner vorschau zu hogwarts legacy vorab wenn euch die videos gefallen dann lasst doch ein like ein abo oder einen kommentar da oder aktiviert natürlich oben rechts gleich die glocke und los geht's hogwarts legacy erscheint am 10 februar für den pc die ps5 und die xbox series x konsolen die versionen für playstation 4 und xbox one werden dann am 4 april und am 25 juli für die switch erscheinen hogwarts legacy will euch die freiheit geben euer bestes zauberer oder hexen ich zu sein auch wenn das bedeutet dass ihr euch der dunkelheit stellen müsst nachdem ich circa eine stunde mit hogwarts legacy verbringen durfte ist das gefühl der auswahl aber auch des umfangs fast erschreckend spürbar von der wahl des dialogs über die herangehensweise an bestimmte momente bis hin zur wahl der zu erlernenden zaubersprüche der weg durch die berühmte schule für hexerei und zauberei und die verlockende geschichte die sie umgibt scheint voller mikro entscheidungen zu sein die sich auf andere elemente des magischen lebens auswirken können oder auch nicht alles beginnt mit der charaktererstellung bevor ihr überhaupt daran denken könnt die hausruppe anzuziehen müsst ihr euch entscheiden wie euer fünftklässler in hogwarts legacy aussehen und klingen soll ihr könnt euch für eine gesichtsform und eine frisur entscheiden ihr könnt gesichtsmerkmale wie sommersprossen oder namen wählen und entscheiden ob ihr eine brille tragen wollt oder nicht es gibt zwei stimm optionen im spiel eine männliche und eine weibliche und dann könnt ihr wählen in welcher tonlage euer charakter sprechen soll die einzige geschlechtsspezifische entscheidung die er treffen müsst ist ob ihr im hexen oder im zauberschlafsaal wohnen möchte wie man es von einem solchen rollenspiel mit einem derartigen umfang und thema erhofft scheint es als ob die wahlfreiheit während der gesamten dauer des spiels ein zentrales thema bleiben wird schon nach ein paar stunden mit dem spiel gab es einen kleinen vorgeschmack darauf was bei der veröffentlichung kommen könnte ich konnte eine mission mit einer der vielen begleiterinnen des spiels durchspielen der haffelpuff schülerin und liebehaberin magischer kreaturen papi sweeting während der mission stieß ich auf verschiedene dialog optionen die darauf hinweisen dass meine beziehung zu papi beeinträchtigt werden könnte zum beispiel ob ich den kleinen ausflug den wir machten ihre großmutter gegenüber erwähnen sollte oder besser nicht das spiel geht zwar nicht so weit dass bei diesen dialogen eine papi wird sich schon daran erinnern eingabeaufforderung eingeblendet wird aber es hat den anschein dass eine handlung und euer verhalten den verlauf eures abenteuers enorm verändern können die haupthandlung ist durchaus kompliziert und fesselnd und beinhaltet eine vielzahl verschiedener charaktere und sichtweisen aber in dem spieler im laufe des spiels einfach so viele wahlmöglichkeiten gegeben werden kann jeder sozusagen seine ganz eigene epische geschichte erleben sogar die nebenquests von denen es über 100 gibt erlauben es dem spieler die hauptkampagne durch die erfahrungen die er gemacht hat zu beeinflussen wenn ihr zum beispiel mit jemandem in der nebenquest interagiert hat das dann auswirkungen darauf wer dann in der haupthandlung mit euch umgehen wird die reihenfolge in der der spieler dann diese quests abschließt hat wiederum auswirkungen auf die geschichte und das ganze spiel in einer speziellen mission in der es um wilderer und drachen ging wurden mir vorschläge gemacht wie ich meine erste begegnung angehen soll ich konnte mich zum beispiel anschleichen und einen tarnzauber verwenden um mich vor schaulustigen zu verstecken oder einen offensiveren ansatz versuchen trotz meiner versuche mich anzuschleichen ziehe ich versehentlich ein explosives fass von der seite und werfe es einfach in das lager der wilderer wobei ich mehrere von ihnen und eine holzbrücke ausschalte es stellt sich also heraus dass man diesen weg durchaus gehen kann wenn man in hogwarts legacy nicht nur schleichen möchte sondern auch tödlich werden kann ihr könnt somit komplett frei entscheiden ob ihr einen guten oder einen schlechten beziehungsweise bösen charakter spielen möchtet das steht euch komplett frei und das macht das spiel auch wiederum wirklich sehr spannend und interessant es ist eine option und zwar eine interessante wenn man sie im kontext der überlieferung betrachtet die unverzeihlichen flüche zum beispiel werden nicht in der schule erlernt und der spieler entscheidet ganz bewusst ob er sie lernen will oder eben nicht alle charaktere im spiel reagieren auch akustisch und visuell wenn ihr eine unverzeihliche tat begeht aber es gibt kein moral system das euch dann dafür bestraft während die unverzeihlichen flüche außerhalb der schule gelehrt werden muss der rest des magischen repertoires unter der obhut der angesehenen professoren von hogwarts erlernt werden die teilnahme am unterricht ist also ein großer anreiz für euch als spieler und nicht nur eine nette beigabe ihr könnt zaubersprüche einsetzen die sowohl bei der erkundung als auch im kampf helfen wobei jeder einer bestimmten farbgruppe zugeordnet ist ihr müsst euch also ganz genau überlegen welchen zauber ihr ausrüstet vor allem wenn es um den kampf mit feinden geht feinde können farbige schilde haben die mit einem zauber der entsprechenden farbe dann durchbrochen werden können und ihr könnt euren eigenen schutzschild benutzen um eingehende angriffe zu vermeiden und sogar abzuwehren wenn ihr euer verteidigungsmanöver gut genug timet zauber können aneinandergereiht werden um beeindruckende finishing moves zu kreieren und ihr könnt auch den nahkampf angriffen von gegnern wie zum beispiel den goblins ausweichen alles zusammengenommen ergibt das ein kampfsystem das ständig in bewegung ist es ist wichtig zu verstehen was die einzelnen zauber bewirken und wie man sie am besten einsetzt und es wird zweifelslos ein lustiges experiment sein herauszufinden welche zauber zu eurem bevorzugten spielstil passen selbst als ich für diese vorschau in den kampf geworfen wurde dauerte es nicht lange bis ich mich ziemlich großartig fühlte ich habe grundlegende zauber dann irgendwann ganz einfach in eine richtung geschnippt mit levio so einen angreifer in der luft gehalten und dann mit einem weiteren zauber einen schleier aus der ferne nahe genug an mich herangezogen um incendio zu nutzen es ist oft chaotisch aber es ist zweifelslos die beste darstellung von magie die ich je in einem videospiel erlebt habe zauber sprüche sind auch für die erkundung wichtig dunkle gänge zu erhellen geheimtüren zu öffnen oder einfach eine verzauberte motto zu einem bilderrahmen zu führen all das wird teil der erfahrung für euch in hogwarts legacy sein ebenso konnte ich einen kleinen blick auf einen teil der offenen welt von hogwarts und des umliegenden geländes werfen einschließlich des quidditch feldes obwohl der sport im spiel selbst ja gar nicht vorkommt das gefühl für die größe des geländes jedoch war immens wenn man auf seinem besen hinauf liegt und die türme und türmchen der kultigen schule sieht ist das genauso beeindruckend wie man es sich eigentlich erhofft hat obwohl ich nur einen winzigen teil der klassenzimmer und flur sehen konnte ist die gesamte schule mit magie durchdrungen einige bilder sind lebendig während andere leer sind ein brunnen erwacht mit steinernen mehr jungfrauen zum leben wenn man ihn berührt und ein lebendiger drache der aus dem blumenbeeten vor den mauern hervor lugt flattert und springt ich habe nur einen kleinen teil davon gesehen aber ich habe das gefühl dass hogwarts legacy eine welt haben wird die es einfache wert ist erkundet zu werden bevor ich das spiel zum ersten mal antesten konnte fragte ich mich schon wie sich das fehlen der bekannten harry potter figuren auf die magie des spiels auswirken würde doch es scheint eine weise entscheidung gewesen zu sein das spiel im jahr 1800 anzusiedeln also weit weg von den abenteuern die in den filmen und büchern zur geltung kamen das gibt den entwicklern einfach mehr kreative freiheit und die möglichkeit eine einzigartige geschichte zu erschaffen in der unsere eigene hexe oder unser eigener zauberer die hauptdarsteller sind auch wenn es immer noch unbeantwortete fragen über die richtung der geschichte gibt mit ihren andeutungen über uralte magie und eine goblin rebellion war dies ein vielversprechender erst der blick für mich auf ein ambitioniertes action rpg hogwarts legacy ist ein echtes vergnügen und es macht einfach wahnsinnig viel spaß diese welt zu erkunden ich für meinen teil kann es kaum erwarten am 10 februar dann wirklich loszulegen und ich kann euch nur empfehlen wenn ihr nur annähernd was mit diesen filmen und den büchern anfangen könnt hier unbedingt einmal reinzuschauen dann wäre es das auch wieder mit meiner kleinen vorschau zum spiel ich hoffe es hat euch ein bisschen spaß gemacht wenn es das tat dann hören wir uns doch einfach in meinem nächsten video ich danke euch fürs zuhören bis zum nächsten mal euer mojo bei bei bis zum nächsten mal